Wenn du willst, dass deine Katze schnell einschläft, zeigt dir tierischlau diese Möglichkeiten, wie du deine erwachsene Katze oder dein Kätzchen schnell zum Schlafen bringst. Schritt 1. Bereite ihren Ruhebereich im Voraus vor. Halte ihn immer sauber und in angemessener Entfernung von der Stelle, an der sie fressen. Er sollte auch nicht in der Nähe des Katzenklos stehen. Achte immer darauf, dass das Bett bequem ist und zu ihrem Körperbau passt. Das bedeutet, dass sie nicht über die Kante hängen sollten und dass es eine geeignete Polsterung hat. Du kannst ihr Bett sogar erhöhen, denn Katzen haben eine natürliche Vorliebe dafür, an hohen Orten zu schlafen, wo sie sich sicherer fühlen. Schritt 2. Reduziere Umgebungsstörungen. Wenn du willst, dass deine Katze schnell einschläft, ist eine ruhige Umgebung unabdingbar. Reize wie laute Geräusche, intensives Licht oder für Katzen unangenehme Gerüche können das Tier an der Ruhe hindern. Eine gute Methode ist es, die Fenster und Vorhänge zu schließen. Das verhindert, dass deine Katze ängstlich wird, wenn sie die Anwesenheit von möglicher Beute spürt. Stille ist immer willkommen, aber wenn es äußere Geräuschequellen gibt, solltest du versuchen, leise Musik in geringer Lautstärke zu spielen. Übrigens, wenn dir unsere Videos gefallen, würden wir uns sehr gerne freuen, wenn du den Kanal mit deinem Super-Dankeschön helfen möchtest. Schritt 3. Verwende entspannende Düfte Genauso wie schlechte Gerüche unsere Katze daran hindern können, ruhig zu schlafen, können wir mit beruhigenden Aromen die Ruhe des Tieres fördern. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass nicht alle Katzen auf die gleichen Gerüche reagieren. Manche mögen einen Lavendeldiffusor, um sich zu Hause ruhig zu fühlen, aber andere finden ihn vielleicht überwältigend. Einigen Düften und Aromen wird nachgesagt, dass sie die Entspannung fördern, wie zum Beispiel Zitronenmelisse. Wenn wir sie jedoch zu nah am Ruheplatz der Katze platzieren, können sie zu stark sein und dann kontraproduktiv wirken, wenn wir sie zum Schlafen bringen wollen. Synthetische Pheromone für Katzen tragen auch dazu bei, dass sich Kätzchen ruhiger und sicherer fühlen. Sie können bei der Behandlung von Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Stress, Angst und Aggressionen bei Katzen helfen. Sie werden in Form von Sprays zum Verteilen in der Umgebung, Wanddiffusoren oder sogar auf Halsbändern für ihren Körper verkauft. Schritt 4. Biete eine entspannende Massage an Dies ist eine der besten Techniken, um eine Katze schnell zum Schlafen zu bringen und sie ist völlig frei von Nebenwirkungen. Es ist wichtig, dass die Massage nur dann angeboten wird, wenn die Katze dafür empfänglich ist. Außerdem ist es wichtig, die Stellen zu massieren, an denen deine Katze von Natur aus Kontakt sucht. Jede Katze hat ihre eigenen Vorlieben, aber in der Regel sind das der Kopf, der Hals, die Wangen, der Rücken und der Schwanz. Manche Katzen mögen es auch, am Bauch gestreichelt zu werden, aber viele finden diesen Bereich zu empfindlich und laufen weg. Schritt 5. Lass deine Katze neben dir schlafen Vielen Kitten fällt es leichter einzuschlafen, wenn sie bei ihren Bezugspersonen schlafen. Wenn deine Katze zu ihnen gehört, wird sie dich das wissen lassen, indem sie nachts zu deinem Bett kommt oder sich auf deinen Schoß legt, um ein Nickerchen zu machen. Nicht nur, dass dein Körper eine natürliche Wärmequelle ist, deine Anwesenheit vermittelt auch Sicherheit und Vertrauen. Das schafft die idealen Voraussetzungen dafür, dass deine Katze schneller und tiefer einschläft. Verrate uns in den Kommentaren, welche Tipps du hast, um deiner Katze beim Schlafen zu helfen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!